Hallihallo Lüde, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origins. So, leider ist es schon dunkel geworden, ist aber egal, wir finden den Weg. So, beim letzten Mal habe ich ja einen, ja, sehr unnützen, äh, tod, äh, ja, gerecht beglichen, je nachdem wie man es nennen möchte. Ja, und habe mich dann noch ein bisschen um die Kugel gekümmert und, ne, also sprich Räder geholfen und habe dann auch mich auch noch um, naja, äh, einen Steuereintreiber gekümmert. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Der der Meinung war. Die Leute können ja blechen, bis zum Limmerleins-Tag. Sprich, er wollte die, oder hat die ausgebeutet. Das habe ich natürlich. Wo kommst du noch einmal her? Sauber. So, dann haben wir das auch. Ach ja, und ich habe mir noch ein Schild geleistet, endlich mal ein schönes. Also ein schöneres oder auch verstärkteres oder besseres, je nachdem wie man es nennen möchte. Ja, jetzt, nachdem ich das erledigt habe, kann ich mich eigentlich darum kümmern, ne? Jo. Auf geht's da hin. Bin ja mal gespannt, was mich jetzt gleich da erwartet. Da ist ein Schiff, das wollte ich. Das Schiff ist übertrieben, ne? Aber irgendwas, was... Irgendwas verfahren kann, scheinbar. So, da schnell hin. Da auf dieses Inselchen, mit diesen kleinen Schipperchen da. Woa. Woa. So, das Flusspferdversteck. 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 Ist hier noch einer? Okay, irgendwo muss hier noch einer sein, weil... Ich habe den Ort noch nicht abgeschlossen. Das ist ja mal interessant. Aha, wollte ich doch meinen. Wäre auch... zu einfach. Ich brauche einen erhöhten Point. Und... Oh. 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 I know. Hey. Alter, kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Wie krass ist er da hier drauf, ey. So, jetzt aber. So, komm zu mir. Da bist du. Und... Ich glaube, ich hätte erstmal... Genau, erstmal dahin und dann dahin und dann dahin. Genau. Genau, erst in Point, dann das andere und dann dahin. Kann das sein, dass ich hier schon war? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Aber ich habe das ja schon erledigt, ne? Dieses... Dieses Gebiet hier. Oh. Na komm. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Hoch da. Sehr schön. So, und jetzt werden wir uns hier um dieses Lager kümmern, ne? Was natürlich klar war. So. Führerslager. Auf geht's. Wie? Nur so wenig Waffen? Äh, Wachen? Nicht Waffen wachen. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist auch noch. Ich will nicht sagen, dass das schon fast so einfach ist, ne? Aber... nicht vorsichtig sein. Hey, was? Hey! Ich breng dich um! Da bist du ja! Ich breng dich um! Siehste? Ich wusste es. Siehste? Ich wusste es. Siehste? Wow! Au! Da haben wir mal wieder Pfeile aufgefüllt. Oh! Sehr gut! Komm her! Sehr gut! Komm her! Komm! Komm, komm! Oh! Oh! Komm schon, ja! Ja, komm hier. Komm hier, komm 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 komm. Ja, du auch. Oh. Du rufst, c'est gar kein. Du rufst. So, Fell haben wir auch. Hier haben wir das. Munition ist wieder voll. Okay. 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 Me- preliminary-mee-kem-chor-dee. hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot! Er fürchtet Sefetos Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schlaus. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte, wenn er nicht arbeitet, werden Sefetos Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann. Aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Mach das mal. So, wo muss ich jetzt hin? Hier muss ich hin. Na, sehr gut. Äh. Ach, hier lang. Durch die Wüste. Eigentlich müsste ich diesen Ort auch noch machen, aber den mache ich, glaube ich, auf den Rückweg. So, einen neuen Ort entdeckt. Let's cut. Woa. Oh, den. Dann gucken wir uns das mal alles an. So, guck mal, da müssen wir auf jeden Fall als erstes hin. Hier ist sogar der Oberguru. Der Hauptmann. Der macht da... Spricht, der schläft. Das heißt, wir müssen eigentlich als erstes auf die andere Seite, ne? Das Chemo-Lager haben wir entdeckt. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich freu mich jetzt vor ohne Pipel, ne? Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Den hab ich So, dann haben wir den Ich hätte jetzt Bock den mir zu holen, ne? Ja, aber... Alarm! Alarm! Hat mal wieder nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Wir müssen aufholen! Na, Jungs? Aha! Ah! Was? Hab dich! Da! Du entkommst uns nicht! Bist du schon müde? Ja! 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 Bist du es aufholen! Haa! Boba! Saura, saura, saura. Das hat ja eben richtig geil vorzunehmen. So. Na komm, dann haben wir das. Sehr schön. Jetzt haben wir das Shimu-Lager erledigt. Und die Quest auch, ne? Äh... Jo. Die wurde dann eiskalt mal so abgeschlossen. So, dann gehe ich noch schnell mal hier rein. Obsidian-Bogen haben wir hier. 43 von... 44... 248. Danach sollte ich vielleicht mal gehen. 291. So. So. Ich hab... Ja, dann nehme ich doch wohl den, den ich hier gerade hatte, ne? Oh. Kriegsbogen. 375 sogar. Ne, ich nehme den Opti-Bogen. So. Hier war... Nix. Ey, Leute, das ist immer hier so viel. Leichter Speer. Und hier war dieses... Genau. Dann war das. Jetzt hab ich noch irgendwas vergessen. In der Ausrüstung. Oh. Uhuuu... So. Maximale... Sachen hier. Brustschutz erhöht die Gesundheit. Armschiene... Ist natürlich richtig. Äh. Da können wir nicht. Okay. Stabilierten Fernkampfschaden. Köcher. Dann können wir mehr Pfeile tragen. Das wär auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde mal die Hilfsmitteltasche machen. Weil die anderen haben nämlich noch nicht so viel. So, und dann werde ich den Brustschutz machen. Gesundheit. So, sehr schön. So, und jetzt werde ich mich noch um die beiden Sachen hier kümmern. So, komm. Und schon lasse ich mich ablenken. Unglaublich. Verfolg die Hähne hier. So, jetzt aber. Reicht. Komm. Die Statue und den Ort da, den Schatz will ich haben. Okay. Das wäre jetzt auch wieder gefühlt. Alter, wie viel Ton hier rum. Wow. Okay. Mevcut. Ja, das mache ich dann wohl doch erst in der nächsten Folge. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Danke fürs Zuckern, fürs Ertragen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentaren, Like und Abo. Vergesst natürlich auch nicht die Glocke. Schaut gerne mal bei einem meiner Livestreams rein. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.